Ist ein erhöhtes Bewusstsein für dich wie ein Wunder und du siehst plötzlich nur noch bunte Farben und strahlende Welten und schöne Klänge und so weiter und so fort? Oder denkst du dir auch manchmal, wow, krass, wie anstrengend ist das denn, plötzlich alles bewusst zu sehen, mitzubekommen, zu leben und auch die Dinge, die man in der unbewussten Phase seines Lebens getan hat, plötzlich zu sehen und irgendwann festzustellen, wow, okay, da habe ich noch nicht hingeguckt, das sollte ich vielleicht mal noch tun. Und heute geht es hier um das Verständnis für dich selbst. Schön, dass du wieder heute in dieser Podcast-Folge bist. Die Welt ist verrückt. Herzlich willkommen im erhöhten Bewusstsein. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast, dein Leben, dein Herz und dein Weg. Dein Podcast für mehr Bewusstsein und Wissen. Ich werde dir alles mit an die Hand geben, was du brauchst, um wirklich wachsam durchs Leben zu wandeln. Mein Name ist Franziska Störer und los geht's. Viel Spaß in dieser Folge. Ja, und es ist einfach mega genial, dass die Welt verrückt ist. Nämlich, dass du endlich klar siehst, was eigentlich wirklich so abgeht auf dieser Welt. Und ich schließe da an die vorangegangenen Podcast-Folgen an, wie zum Beispiel, du erlaubst es dir nicht, erfolgreich zu sein oder sei ehrlich zu dir selbst. Öffne dein Herz für dich. Wenn wir hier immer bewusster werden und unsere Wahrnehmung sich wieder, ich würde es so bezeichnen, in die richtige Richtung verrückt, dann ist es manchmal gar nicht so einfach. Und da wir ja über dich sprechen möchten und ich spreche aus meiner Erfahrung hier wieder von mir selbst, du beginnst erstens die Welt anders zu sehen und du beginnst dich selbst zu reflektieren. Und im Anschluss an die Motivationen, die ich dir in den letzten Podcast-Folgen mitgegeben habe, möchte ich dir heute etwas mehr Verständnis für dich und für alles ans Herz legen. Weil manchmal haben wir in unserem Leben Dinge gemacht, die uns wissentlich nicht gut taten. In Zeiten, wo wir noch nicht so bewusst waren, haben wir es gemacht und haben uns selber nicht beachtet und hatten dann das Resultat davon und es ging uns immer nicht gut dabei oder immer schlechter und immer schlechter und wir wussten nicht, woran es liegt. Aber mittlerweile wissen wir ja, wenn wir Dinge tun, die uns nicht gut tun, dann haben wir irgendwann das Resultat davon und wir wollen ja was daran ändern. Also fangen wir an, uns zu reflektieren. Reflektieren so die Situationen, dann reflektieren wir vielleicht die letzten Monate, Jahre und unser ganzes Leben. Sogar zurück bis in die Kindheit. So weit will ich heute nicht gehen, denn es geht viel mehr um die Dinge, die wir getan haben, die uns nicht gut getan haben. Aber wir wussten trotzdem davon. Da macht man Dinge, weil man einfach nicht hinschauen will. Man lässt einfach Dinge hinten hinterfallen, lässt die so laufen, weil es ist bequem, es ist bekannt. Man hat einfach Angst hinzuschauen. Und Resultate daraus sind dann vielleicht wirklich Dinge, die noch unschöner sind, als die Dinge wirklich anzuschauen. Hier möchte ich dir heute aus tiefstem Herzen mal mitgeben, hab Verständnis für dich und verzeihe dir selbst. Fühl in dein Herz, vielleicht stellst du dir die Situation vor, wo du immer wieder gemerkt hast, unterbewusst, ach, das ist nicht gut, aber ich schau trotzdem nicht hin, dann verzeihe dir. Verzeihe dir die Dinge, die du getan hast, obwohl du wusstest, das tut dir nicht gut. Obwohl du wusstest, für deine Klarheit musst du die Dinge anschauen. Umso bewusster wir werden, umso mehr wissen wir ja auch, die Dinge erfüllen sich dementsprechend, wie wir handeln und wie wir fühlen. Und unsere Gefühle sind nach unseren Gedanken die, die uns Erfüllung bringen. Alles wird erfüllt, eigentlich ist das Unterbewusstsein, das sind die Gefühle einfach so genial. Alles wird erfüllt, was wir fühlen. Wir beeinflussen so unsere Realität. Wir sind echt Künstler darin, Dinge in Schubladen zu schieben, weil wir sie nicht sehen wollen. Das haben wir wirklich jahrelang gelernt und wirklich perfektioniert, so dass es immer und immer wieder auch auf einem bewussten Weg passiert, dass es auffällt, dass man Dinge ganz weit weggeschoben hat. Und so weit, dass man wirklich merkt, okay, Mist, ich habe sogar vergessen, dass es das gab. Und dann kommen so Situationen, wo du dich dann dabei erwischst und denkst dir, Mist, Ich habe es genau gewusst, ich habe es genau gewusst. Ich habe nur nicht hingeschaut. Ich habe mit Absicht weggesehen, habe mit Absicht andere Dinge gemacht. Habe geglaubt, das erledigt sich vielleicht schon selbst. Hier kommen wir wieder an den Punkt, wir sind selbst für uns verantwortlich. Wir müssen wirklich für uns handeln. Wir müssen unser Leben in die Hand nehmen. Und das ist einfach schön. Es ist ja einfach so schön zu sehen, dass wir selbst unser Leben in der Hand haben. Sind wir doch einmal wirklich dankbar dafür, dass das Leben uns immer wieder in Situationen führt, die aufploppen, weil wir vielleicht auch nicht hinschauen wollten und das Leben wirklich so konsequent ist und weiß genau, wenn wir die Dinge nicht anschauen, dann können wir auch nicht befreit leben. Also sei hier an dem Punkt einfach mutig. Schau hin und geh die Sachen an und immer wieder hab Verständnis für dich. Umso schneller kommst du einfach voran, meine Erfahrung. Und dann die Möglichkeit dazu haben, endlich in die Klarheit zu kommen. Und natürlich immer wieder in Verbindung mit dem Verständnis zu dir selbst, mit dir selbst und dir selbst zu verzeihen. Ich erzähle dir jetzt, was ich gerade für eine Serie gucke. Hat überhaupt nichts mit Spiritualität zu tun, aber hat auch mega viele Reminder für mich gehabt. Es hat nämlich was mit Frauen zu tun, die gerade im Gefängnis sind. Die zum Beispiel haben nicht die Möglichkeit, gerade das zu tun, was sie erfüllt. Etwas aus ihrem Leben zu machen, was sie beeinflussen können in dem Moment. Weil es wurde schon über sie geurteilt und sie haben es wirklich nicht so in der Hand. Und dann denke ich mir wieder, ich liege hier gerade eingekuschelt auf meiner Couch, habe wirklich alles, wirklich alles in der Hand, um mein Leben zu regeln. Ich habe alles in der Hand, um mir das zu erschaffen, was ich mir wünsche. Einfach nach dem zu leben, was mich erfüllt. Wenn man wieder so wach wird und solche Reminder auch dankend annimmt und bewusst annimmt und bewusst sieht, was einem das Leben da sagen möchte, dann hast du wieder die Chance, was zu ändern und dein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Das verrückte Leben, was du jetzt gerade lebst, ist einfach so spannend. Und es ist verrückt, weil wir es unser Leben lang anders kennengelernt haben. Und ich finde, es ist wie ein Experiment, was wir jetzt hier als Mensch auf dieser Erde erleben dürfen. Es ist neu und wir beginnen jetzt gerade herauszufinden, wie alles funktioniert, wie wir das Bewusstsein kollektiv auch erhöhen können. Und es ist manchmal gar nicht so leicht, hinterherzukommen hier als Mensch in diesem Körper und mit diesen ganzen Gefühlen klarzukommen und das Bewusstsein so zu erhöhen, dass man auch wirklich den Verstand immer wieder dazu einlädt, mitzukommen und auch den Körper dazu einlädt, mitzukommen. Denn es ist alles ein Ganzes und ich möchte dir hier heute wirklich das Wort Verständnis mitgeben. Verständnis dafür, dass andere eben anders leben. Dass eben du auch Dinge getan hast, die nicht richtig waren für dich. Und Verständnis dafür, dass alles nicht sofort so sein wird, wie manche es vorleben oder, naja, zumindest so tun, als ob es so wäre. Ich mag den einen Spruch von dieser bekannten Zeitung, wo ich jetzt hier keine Werbung für machen möchte. Bild dir deine eigene Meinung. Bild dir deine eigene Welt. Schaff dir deine eigene Wahrheit. Umso bewusster man wird, umso weniger legt man eben auch Wert darauf, was andere denken und sagen. Und man wird immer selbstbewusster und ruhiger im Leben. Aber der einzige Mensch, mit dem du klarkommen musst, pisst du selbst. Also, verzeihe dir selbst, hab Verständnis für dich selbst. Und dann, hab Verständnis für die anderen, die noch in einer zurechtgerückten Welt leben, die einfach noch nicht nachvollziehen können, was du in deiner Welt erlebst. Leb dein Leben und strahle. Du kannst sicher sein, irgendwann wirst du andere Menschen damit anstecken, auch in deine verrückte Welt zu kommen. Ob jetzt nun deine Welt verrückt ist oder die zurechtgerückte Welt von denen verrückt ist, sei dahingestellt, wichtig ist deine Wahrheit. Und wichtig ist, dass du ehrlich zu dir selbst bist, dass du dein Herz für dich öffnest und dass du Verständnis für dich selbst entwickelst und dir selbst verzeihst. Fühl dich in dich rein, fühl dich in dein Herz rein und verzeihe dir selbst. An dieser Stelle noch eine kleine Hilfestellung. Super simpel. Wenn du in eine Situation kommst, die du dir selber kreiert hast, logisch, die dir aber jetzt irgendwie nicht passt, dann weißt du ja schon, weil du reflektierst, warum das Ganze passiert ist. Geh da hin und geh bewusst hin und sage, ich verzeihe mir selbst und tu das so oft, bis es dir gut tut. Und dann geh in die Situation und kläre sie. Kläre sie, versuche in die Handlung zu gehen, um das vielleicht zu ändern, weil du hast immer nur jetzt die Chance, Dinge in die Hand zu nehmen und zukünftig zu beeinflussen. Und mach dir bewusst, du tust die Dinge nur für dich selbst. Nur für dich selbst. Also es gibt immer unangenehme Dinge, die man vielleicht aus dem vergangenen Leben noch aufräumen muss oder Dinge, wo du wissentlich etwas getan hast oder nicht hingeschaut hast, weil du einfach noch nicht bereit dazu warst oder weil du einfach Angst davor hattest, das da hinzuschauen. Verzeih dir selbst. Sei einfach in Liebe mit dir selbst. Nur du musst mit dir selber klarkommen. Ist doch eigentlich das schönste Geschenk, dir dann da selber zu verzeihen, in Liebe mit dir zu sein und dann im nächsten Step Klärung reinzubringen und die Zukunft positiv mit der Absicht, etwas Gutes für dich zu tun, positiv zu beeinflussen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dich dir ein Stückchen näher gebracht. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest oder dir einen Impuls ganz besonders gefallen hat oder du einen Impuls für mich hast oder eine Frage an mich hast, die ich gerne auch im Podcast beantworte, dann schreib mir einfach oder lass mir ein Abo da. Und ich freue mich, wenn du wieder ein bisschen mehr dein Herz für dich selbst öffnen konntest und dich damit noch besser entfalten kannst. Denn du weißt, was ich dir immer und immer wieder wünsche. Von Herzen pure Entfaltung für dich. Deine Franziska Deine Franziska Deine Franziska Deine Franziska Deine Franziska Deine Franziska